Da sind wir hier Ruhig bleiben Ich will immer nur gewinnen Ich will immer nur sein Ich will immer nur sein Ey, gibt's diesen Technik eigentlich richtig? Gibt's den wirklich? Ist das um zu einem Angestellter? Wen? Na, wenn Technik fragen, Technik fragen Ist das um zu einem Angestellter, den es wirklich gibt? Ich denke mal Er erinnert an eine gewisse andere Person aus der Computerspielbranche, findest du nicht? Ähm, sag er zwar Brammel Ich sag ja mal nicht, Erik Rangel alias Gronkh Allerstraße 7 in Köln Telefon war 03575 Ja, sowieso Ne, keine Ahnung, ich hatte mal seine Telefonie aus Braunschweig Die Gehöfte werden angekriegt Ich dachte, wir sind in der Technik runde Du bist krank Ich wollte anrufen Ach, dann ist der schon umgebrochen Ach, Mann, ey Wiesse, jetzt waren sie wieder so Oh ja, wir sind zu geil Haben sie was geschrieben? Nö Ja, ich bin bei Steam abgemeldet Hä? Haltet sie von uns fern Wir sind bereit Aber nachher kommt hier irgend so ein Gay-Kommenter Ich halte dich mal auf Stumm, das wird dann bestimmt noch ein paar Minuten gesehen oder so Ich hör mir mal ganz schnell das Outback an Also gar nicht so dumm Ich versuche ich gar nicht noch mit seinem Ganzen mit meiner Armee an Der hat es versucht seit er uns das erste Mal gesehen hat Jetzt muss er etwas abschätzen, was er nicht sehen kann Wir sind in der Unterzahl Sie greifen schon wieder an Ja, gut Wir greifen jetzt in der Unterzahl sind oder nicht Wie ist das? Mir ist das egal, ob ich jetzt in der Unterzahl bin oder nicht Meine Truppen Sagen wir das denn Schön Was ist denn das für ein Gay? Okay Warum kann das nicht lernen? Ah Ah Die Greifen an Mögen sie hier verfaulen Die Gehörte werden angegriffen. Lanz, Leute! Lass die Orks nicht herankommen, Leute! Wir müssen kämpfen! Neugierde ist keine Sünde, aber du solltest vorsachen. Jetzt kommen hier die Sprüche von Dumbledore. Sie greifen die Gehörte an! Selbst in Zeiten der Dunkelheit zu finden, Papa! Du hast keine Befugnis hier! Meine Schabe steht aus ihnen, ich bin voll zu hoch. Wir nutzen alles als Waffe! Sack, wenn's vorbei ist! Noch nicht! Ich schlag grad die Armee zurück. Der Großauke ist tot. Ich bin jetzt alles auf die Riesen. Alles mal geheilt. Das ist ja auch noch da, ey! Nee, das ist doch klappenhaft. Krieg ist die Aufgabe der Männer. Täuschung ist alles. Stärke vermag jeder nah einzuschätzen. Ja, jetzt heilen wir noch mal schön alles hoch. Genau! Riese 1 ist tot. Jetzt müssen wir alle auf Gandalf. Damit Gandalf stirbt. was er nicht sehen kann. Wir haben viele Soldaten verloren. Sie greifen die Gehörte an! Furcht hat noch keinem Mann geholfen. Also wenn Nebel ist, dann werden sie... Verliere doch! Sie werden angegriffen! Sie haben mich verwundet! Wir tun, was in unserer Macht steht! Erhebt eure Waffen! Täuschung ist alles! Stärke vermag jeder nah einzuschätzen! Oh ja, keiner ist gestorben. Das ist wirklich. Ach, du bist der Nächte! Ja! Und jetzt wirft ein Speer auf Boromir! Also wenn Nebel ist, dann werden sie wiederkommen. Der Feind! Entdeckung Männer! Du bist der Nächte! Ja! Klasse, aber... Tja, hat da jetzt ein Lager aufgebaut. Sie greifen die Gehörte an! Los, Boromir kriegst du noch. Oh, ist das ne lame South Park Folge, ey! Hä, was? Wieso stirbt der nicht? Nein! Hä? Jetzt kann sie auch gehen mal zählen! Mann sagt, dass sie den Tod für Mist! Ah doch, er ist gestorben! So haben wir ein Ziel! Wir sind ein starkes Volk! Kämpft so gut ihr könnt! Der hat es versucht, seit er uns das erste Mal gesehen hat! Jetzt muss er etwas aufschätzen, was er nicht sehen kann! Das ist das Lager des Feindes! Das Gebäude hier wäre fertig! Lol! Für den, kommst du da raus? Ich bin jetzt gerade egal, ich muss mich gerade noch mal konzentrieren! RTLs neuer Restaurant weiter! Das Problem ist, dass in Deutschland jeder noch Sorgen machen kann. Komm, wir sehen uns wieder! Was? Ah, es ist nicht so ne tolle Folgen... Folge... Folgen... Joa, geht ja immerhin bisschen... Der Feind ist unter uns Männer! Wir haben die Festung zerstört! Was ist mit den Leuten hier? Sie greifen die Gehöfte an! Die Familien sich östlich verlieren! Ich hasse es ständig, über die Schulter zu bringen! Oh nein! Der Ballrot! Oh nein! Der Ballrot! Und bis dahin... Ja... Ja... Bye Bye! Bye Bye!